Ton ist ein natürlich vorkommendes Material, das hauptsächlich aus feinkörnigen Mineralen besteht. Bei ausreichenden Wassergehalten generell plastisch verformbar ist und spröde wird, wenn es getrocknet oder gebrannt wird. Obwohl Ton in der Regelschicht Silikate enthält, kann er andere Materialien enthalten, die ihm Plastizität verleihen und aushärten, wenn sie getrocknet oder gebrannt werden. Als assoziierte Phasen kann Ton Materialien enthalten, die ihm keine Plastizität verleihen, z.B. Quarzkalzit, Dolomit, Feldspat sowie organische Stoffe. Anders als frühere Definitionen legt diese Definition der AIPA und der CMS keine exakte Korngröße der Tonbestandteile fest, da verschiedene Disziplinen hier eigene Festlegungen getroffen haben. Als Tonpartikel gelten in den Geowissenschaften entsprechend der Normen ISO 14688 Partikel und LT 2 Mikrometer und in der Kohloidchemie und LT 1 Mikrometer. Nicht zu den Tonen zählen künstlich hergestellte Materialien mit Toneigenschaften sowie Materialien mit vorwiegend organischen Bestandteilen wie Torf, Mooreherde und einige Böden, auch wenn diese die plastischen Eigenschaften von Ton aufweisen und natürlichen Ursprungs sind. Eigenschaften und Zusammensetzung Bei höherem Wassergehalt ist Ton definischensgemäß plastisch, also formbar. Beim Trocknen oder Brennen wird Ton spröde, d.h. er bricht bei Belastung, wobei gebrannter Ton nunmehr als Keramik bezeichnet. Aufgrund mineralogisch-textureller Umwandlungen bedeutend belastbarer ist als getrockneter Ton. Zudem ist ungebrannter Ton quellfähig, d.h. sein Volumen nimmt mit steigendem Wassergehalt zu und nimmt mit sinkendem Wassergehalt ab. Bei den Tonmineralen, die feuchtem Ton seine plastischen Eigenschaften verleihen, handelt es sich im Allgemeinen um Schichtsilikate. Zum Beispiel Illid, Montmorilonid oder Kaolinid. Zusätzlich können Tone noch weitere Minerale enthalten, die nicht zu den plastischen Eigenschaften beitragen, wie z.B. Quarzkalzid, Dolomid, Feldspäte, Metalloxide und Hydroxide oder auch koloidale Kieselsäure und Eisenhydroxidgele. Daneben enthält Ton typischerweise auch organische, d.h. kohlenstoffreiche Bestandteile überwiegend in koloidaler Form. Verwendung Töpferwaren und Keramik Die Verwendung von Ton als Rohstoff für Töpferwaren und Keramik ist bis in das Jungpaleolithikum hineinbelegt. Schon rund 24.000 Jahre v. Chr. fertigten Mammutjäger Tonfiguren wie die Venus von Dolny Westenays, die zusammen mit zahlreichen Tierfiguren in Tschechien gefunden wurde. Ton ist einer der Hauptbestandteile von Lehm und wird seit rund 10.000 Jahren in Form luftgetrockneter Lehmziegel und Lehmputz als Baumaterial verwendet. Zwischen 3.100 und 2.900 v. Chr. wurde erstmals in großem Umfang gebrannter Ton in Ziegelform verwendet. Spätestens seit dieser Zeit ist Ton einer der bedeutendsten Baustoffe der Menschheit. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde der Lehmbestandteil Ton zu einem Verputz weiterentwickelt, nachdem schon Mitte des 20. Jahrhunderts tonhaltige Lehmputze beim ökologischen Bauen verwendet wurden. Darüber hinaus wird Ton z.B. benötigt für die Dichtungsschicht von Deichen und die Abdichtung von Deponien gegen den Untergrund. Mächtige Formationen von hochdichtem Ton werden als Entlager für radioaktive Abfälle diskutiert. Seit dem 20. Jahrhundert wird Ton als Rohstoff für die Zementherstellung eingesetzt. Ton ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Schamotten, die für die Innenauskleidung von Öfen z.B. in der Stahl- und Glasindustrie benötigt werden. Bei der Herstellung von Papier wird Ton als Füllstoff eingesetzt, um das Papier weicher und geschmeidiger zu machen und ihm eine glatte Oberfläche zu verleihen. Tone unterschiedlichster Zusammensetzungen werden seit prähistorischen Zeiten zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Die Wirkungsmechanismen sind im Detail oft kaum verstanden. In erster Linie wird die hohe Absorptionskapazität der sehr feinkörnigen Schicht Silikate als Erklärung für die beobachteten Heilwirkungen angeführt. Einerseits können an die Mineraloberflächen gebundene Nährstoffe abgegeben werden. Andererseits können Giftstoffe an die Tonminerale gebunden und so neutralisiert werden. Aktuelle Studien belegen, dass einige Vorkommen eisenreicher Tone eine bakterientötende Wirkung haben. Wirksam sind hier weniger die Tonminerale selbst als vielmehr der hohe pH-Wert der Tonsuspensionen in Kombination mit gelösten Spurenelementen.